Hey, viel Spaß beim Dschungelbruch, ich kenne auch mein eigenes Kind nicht mehr. Oh gut, dass es die beim Konzert nur eine war, wir sind ja nicht die, gell? Brein, wir hoffentlich feiern sie richtig schön mit der Königsfamilie und werden alle geadelt. Ich kenne mein eigenes Kind nicht mehr, der Zendt hat sich gelohnt. Hoffentlich hört Frau Rakes mal, wenn ein Mensch über Haar fahren wird. Ich möchte nicht, dass Claudia Roth zu mir an Zag kommt. Frau Schawan und der Nächste und der Nächste. Achso, die Kirche darf ja nicht zu Geld kommen, falls er geht, dann kommt. Er braucht zu mir an Zag nicht kommen, weil ich verwechsel den nicht mit Glotzbücher. So, jetzt geht's, gell, Edith? Du weinst ja auch nicht mal nach deinem ersten Mann. Weil ich wollte noch einen neuen Beruf lernen, außer Dreck wegräumen und Radio SWR 3 braucht dann auch nicht mehr zu mir kommen. Weil im Zag hört Uschi Gerst auf Stellvertretung für Deutschland rein. Viel Spaß, es heiratet der König. Gerst hat sich wirklich klont, der Zendt. Das nächste Mal hoffe ich nur, dass die Rakes noch ein Geld dafür kriegt. Weil ich die Qualifikation nicht habe. Achso, die Hits sind ja alle für wen? Nicht für mich. Gut, dass ihr mir das gleich seht, gell. Viel Spaß weiterhin. Weil ich habe mein Kind gleich herkommen. Ich möchte nicht, dass Claudia Roth zu mir kommt. Das war ja auch eine Kernspaltung. Für was muss eine Frau arbeiten, gell. Achso, Donuttreffer, Empfehlung von mir. Das sind Stars, oder? Sarah Connor braucht zu mir nicht mehr kommen, die Arztloch. Das gibt doch eine A und B und C Klasse. Mir bedeutet nichts, was ich von den Ulmer kriege. Ich habe das gleich kapiert, dass es keinen Sinn mehr hat, gell. Hast du so aggressive Fahre gegönnt? Ich habe ja zum Glück, bin ich mit dir nicht verheiratet. Du hast ja deinen Zendt gut abgesetzt, gell. Ich möchte nicht, dass der Atosch zu mir kommt und der Nächste und der Nächste. Und besonders die Zeugen Jehova nicht. Ich habe noch nie Geld gesehen von diesen Leuten. Und falls der Prinz so schön feiert heute, können Sie ihn präsent ist, dann bringen wir, zeigen es Ihnen. Hoffentlich hört man Frau Rakes, wenn sie so schwul ist und Sex hat wie die Frau Reuter, dass sie nicht nachher in der Südwestpresse stehen möchte, weil ich mich so schäme mit dem Geklopfe. Weil man hört ja, dass es Knutflecken unter Dreck sind. Verstehen Sie Spaß? Gut. Mit 53 fängt man dann nichts mehr Neues an. Hoffentlich können die Kinder alle was kaufen, weil ich mich so schäme, dass ich die Zeitung an Julia Aschok geschrieben gehabt habe. Es hat sich wirklich gelohnt, gell. Viel Spaß weiterhin, weil ich kenne mein eigenes Kind nicht mehr. Achso, ich bin ja scheinbar immer krank. Gut, dass es die Elvis-Tochter gab und diese Leute. Ich habe nicht mal die Welt gesehen. Sarah Connor, viel Spaß mit dem Preis, der dann in die Menge geschmissen worden ist. Achso, Herr Gitz, gut, dass Sie geschieden sind jetzt. Ich habe sie ja nicht mal angefasst. Längte von Problemen ab. Ich glaube euch gar nichts, gell. Verzeih mal. Verzeihen soll ich was? Ich bin nicht krank, sondern ich höre richtig Stimmen in den Ohren drinnen. Achso, weil das Betrug war. Frau Egner kommt zu mir an, sag nicht, Inge Egner. Der nächste Salzmann. Der nächste, die Südwestpresse. Und die ganzen Leute brauchen nichts mehr von mir bringen. Weil die Silvia, die Skag, die war schon damals tot. Das kann nur einer geben, gell. Sind aber auch schon zwei. Hasta la vista, Besi. Viel Spaß weiter. Ich muss nur sehr viel lernen, dass solche Politiker immer ihre Diäten verdienen. Viel Spaß weiterhin. Ich kann mein eigenes Kind nicht mehr. Mit eurem Hokus-Pokus und eurem Dreckmond. Das hat mich immer noch einmal geckert. Vielen Dank.